Kampagne gibt dem Hasenzucker der Kinderfreunde Oberösterreich. Mit einer Kampagne machen die Kinderfreunde Oberösterreich aufmerksam auf den Stellenwert der Eltern-Kind-Zentren. Im Zuge der Kampagne wurden im gesamten Müllviertel 270 Osterhasen versteckt. Der Grund warum gerade nun, wo Weihnachten näher als Ostern ist, so eine Kampagne gestartet wird, ist, dass die Kinderfreunde damit zeigen wollen, dass sie langfristig planen. Ziel der Kampagne ist, den langfristigen Erhalt der Eltern-Kind-Zentren zu gewährleisten. Man erhofft sich dadurch vor allem finanzielle Unterstützung, denn die Finanzierung der Eltern-Kind-Zentren fällt vielen Gemeinden zusehend schwerer.